Hallo, ich bin der Poln mit dem Bogen Ok, sah so wirklich aus Ja, wir kommen zurück zum Let's Play von Champions to Repo Fregnum Ja, wir wollen jetzt Level 30 werden, damit wir die guten Items bekommen Immerhin mal Grünes haben Und dann natürlich ganz geradeaus Richtung Warzone Also Level, Level, Level Ich werde vieles auch nicht aufnehmen, weil es einfach zu langweilig ist Natürlich nach der fünften Season Und ja, haben wir hier auch noch ein Rest Ok, ist da drin Ah cool, aha Und noch die normalen Quests mit den Magnoniten Ja doch, da haben wir noch eine Quest Das wird einfach nicht angezeigt, das wird nie angezeigt Also ähm, oh, ein Ring bekommen wir hier Also der haben wir eben mit den Magnoniten Jetzt hier drin einen Eine Quest ist hier noch Auch Vulkanische Zone Und hier drüben ist auch noch ein Kontakt Das ist Magnoniten Mhm Und zwei sind Magnoniten Da unten müssen wir hin Ok Ja, so ähm Ich habe viel in Crafting investiert Ähm Ja, was soll sie man sagen Ich habe noch nicht ganz ein neues Level Ich glaube dann kommt Level 4 Ob ich es richtig in Erinnerung habe Und dann kommt ähm Ja Dann kommen dann die Grossen Vielleicht hole ich mich Also hole ich dann das auf mit den Levels Damit wir das dann immer gleich tragen können Aber Na ja Sieht schwer aus Also Crafting ist nun mal Sehr ähm Langwierig, oder? Da sind wir schneller mit Leveln Als der Die Items eigentlich Zu guter kommen Ha Das ist eine Randnotiz Ich denke einfach so richtig Crafting Mega cool Dabei ist es mega Randnotiz Ah, da drüben Aber Es wird halt auch immer wieder etwas gehypt, oder? Das ist auch gut so Wenn immer wieder etwas gehypt wird Von den Fans Aber Ähm Immer so falsche Botschaften So Zu hinterlassen Ist auch nicht gerade so gut Aha Eine Low Quest, hä? Ich dachte Vierge Guckoo ist in der vulkanischen Zone Aber wahrscheinlich war hier Ah ja Ah Acht Klauen, hä? Kralle Ja, du kannst auch aktiviert werden So Hallo, haben wir gerade keine Schaden Sand So Der Sound War natürlich nicht da zu laut sei Ja Also Noch ein bisschen leiser, hä? Es war gestern noch nicht so, ich weiß nicht, also bei mir Tut sich immer wieder So und ein bisschen flächter Also Leiser werden Und nebenbei mache ich noch einen Baba und der sucht Items, aber dafür habe ich jetzt gerade keine Zeit. Muss ich wahrscheinlich dann im Livestream machen, damit ich einfach die Zeit habe und ihr natürlich auch zuschauen könnt. So, dann gehen wir direkt in die vulkanische Zone und machen dann andere Quests in anderen Dörfern. Ja. Also ich kann euch jetzt sagen, dass es mir relativ gut geht und ich auch sehr viel Bock habe auf Champions of Regnum. Aber eben tut mir leid, wenn manchmal keine Parts kommen. Ich muss einfach schnell leveln und Items suchen und alles mögliche. Craften, da habe ich meistens nicht so viel Zeit dafür. Es wäre schon schön, wenn jemand natürlich kommen könnte und das für mich zu machen. Aber ja, Crafting ist ja limitiert auf einen Charakter. Also auf... Ich glaube auf einen Charakter, nicht Account. Und einen einladen mit dem Account zu spielen, ne danke. Dann lieber nicht. Aber einfach mir ein bisschen die Sachen farmen und ausleihen. Er kann ja die Sachen schon behalten. Aber wenn jemand bereit hält, sich einfach ein paar Items zu helfen, zu farmen. In meinem Level natürlich, der ist sehr willkommen. Oder wenn jemand Level 60 Alten hat, kann ich die auch mal aufsparen. Für den Jäger und für den Baba und dann später geben. So, also. Vulkanspinnen sind wo? Ich glaube hier oben sind die meisten. Also... Sollte die ja nicht töten, wo es nicht so viele gibt. Sonst muss ich die ganze Zeit laufen. Da ist mal eine. Hm. Was ist das, mein Schatz? Oh, ganz viel Magma-Kokkule. Kann man die eigentlich gut töten? Naja, das probiere ich jetzt nicht aus. Ob sie gute Items geben oder so. Ähm. Ja, jetzt muss ich schauen. Da haben wir mal eine Vulkanspinne. Kann ich gleich mal den lassen. Den muss ich ja mal wieder rauslassen, ne? Der arme Koyote. Super. Da ist natürlich eine Hyäne, aber es sieht aus wie eine Koyote, ne? Ich meine. So. Und da haben wir hier. Aber man sieht, die spinnen fast nicht. Also ich habe eventuell noch ein bisschen den Monitor zu dunkel. Aber der Unterschied zwischen schwarz und schwarz ist bei mir grad in diesem. Ich bin so recht schwach. Ist eben zu dunkel. Aber wegen dem, ähm, Augenschon-Modus kann ich das nicht so gut einstellen. Ja, das bleibt einfach dunkel. Auch wenn man Kontrast sehr niedrig macht. Da haben wir zwar dunkel, schwarz, weiß, aber... Es wird nicht hell. Ja, ja, wie denn machen wir immer tun, ne? In Ra war immer am Morgen nicht viel los. Hier ist überhaupt nichts los am Morgen. Ist ja auch klar, also... Ra ist ja weltweit. Und hier hat es halt deutsche Riesen ein bisschen bequemer natürlich. Aber nicht so bequem wie wir in der Schweiz. Oh, oh, oh. Muss ich sagen. Das muss ich jetzt mal sagen. Wir haben sogar keine Vergangenheit. Wir haben keine Busquam-Perfekt. Wir haben nur Perfekt. Und... Was ist das andere? Ähm... Präteritum, genau. Oba. Das ist schon lange her, seitdem ich das gemacht habe. Futur 2 haben wir, glaube ich, auch nicht. Jetzt weiss ich gar nicht, also... Hat es halt nicht so... Man lernt es eigentlich gar nicht, was wir nicht haben. Nur die Deutschen haben dann das... Also wir haben es in der Schule natürlich. Nur die Deutschen haben das Lernen. Also Deutschunterricht bei uns. Auch bei euch wahrscheinlich. Ja. Aber sowas von... Normal sind wir. Schön locker. Nicht gestresst. Dafür reich. Wenn jeder 60.000 Euro pro Monat verdient. Im Durchschnitt. Dann sind wir super reich wie arm. Dann sind wir ganz arm super reich. Aber ist nicht. Geht nicht. Die Welt ist ungerecht, immer noch. Die bleibt so. Sowieso. Sowieso wenn die Amis bald Krieg machen mit Mexiko und so weiter. Wenn auch der dritte Weltkrieg ausbricht. Na ja. Ist nicht so gut für uns. Die armen, armen Leute. Aber ich bin auch ein bisschen... Ja nicht stolz, aber... Ich bin froh, dass ich nicht so reich bin. Überhaupt nicht reich bin. Okay. Ich bin schon reich im Geldinsatz für die YouTuber. Aber... Na ja. Die können wenigstens Geld verdienen. Ich kann nicht viel Geld verdienen. Das... Muss ich dann bald noch ändern können. Dafür... Bis die mir vielleicht ein bisschen helfen ja. Ja... Aber immer. Es ist ja nicht viel nötig. Um mir zu helfen. Ein bisschen liken. Ein bisschen Kommentar schreiben. Ein bisschen schauen ganz. Die Videos einfach mal ein bisschen... Laufen lassen, wenn ihr euch mögt. Ist doch kein Problem für euch, oder? Einfach damit ich ein bisschen... Naja, bekannter werde, vor allem. Und so weiter. Wäre schon nett. Ich mache ja mega viel Mühe für euch. Wir haben hier in Regnum so viele Parts zu machen. Der macht niemand sonst. Also... Regnum hat ja sehr wenige Videos auf YouTube. Es machen sehr wenige Videos nur die Hardcore-Spiele. Zum Beispiel von Valhalla machen sehr viele Videos. Okay, sehr viele nicht, aber... Das ist eigentlich ein bisschen Mangelware. Und ich bin halt... Ich bin einfach so, dass ich natürlich die Sachen zeigen muss. Dafür auch sehr viele Aufrufe schon bekommen habe. Und... Ich bedanke mich natürlich bei allen, die schon... Geschaut haben, geliked haben und so weiter. Ja... Ähm... Ich muss noch mal kurz schauen. Aha. Sagt doch etwas. Das sieht man auf der Minimap gar nicht. Einfach mal verschwunden. Aha. Einfach weiter kämpfen. Ja. Mann, das ist so winzig. Bei mir auf dem Bildschirm ist das so winzig, dass ich das überhaupt nicht wahrnehme. So. Was ich nicht lesen kann aus dieser Position. Ich muss immer nach rechts gehen, weil ich ja zwei Bildschirme habe. Muss ich relativ weit nach rechts schauen. Boah, wenn ich dann noch so riesen Bildschirme habe mit 4K und so weiter. Oh je. Das wird etwas. Schlimm dann. Ab dann bin ich wahrscheinlich schon in Basel und habe sehr gute Leidungen und so weiter. Da habe ich auch viel mehr Videos hochladen. Weil aufnehmen tue ich ja lebend gerne. Also... Ich werde immer wieder fast süchtig. Also immer muss ich mir wieder sagen, nein, jetzt kannst du nicht nochmals aufnehmen. Sonst hast du wirklich ein paar Probleme mit der Leitung oder mit dem Speicher von deiner Festplatte. Weil da muss ich mich immer wieder ans Zeug legen, nicht zu viel aufzunehmen. Weil da muss ich wieder 2-3 Tage warten bis ich wieder aufnehmen kann. Weil die Videos natürlich zuerst hochgeladen werden müssen. Die gehen halt auch 2-3 Stunden, oder? Weil es Full HD 60 FPS sind. Aber eben, ich mache Qualität, oder? Und das will ich ja auch. So, aber wo haben wir hier einen... Aber ich weiß nicht, du... Die Herren, sie kommen nicht. Die Herren, sie kommen nicht. Sie haben Angst vor den Dragon. Vor dem Phombieo Jäger Wesley Snipes. Oh, mal Ätzig. Ich habe etwas anderes als ein Quest Item bekommen. Ich freue mich so. Ich habe so viel Spaß. So, hallo. Hallo. Jön. Komm bitte mal zu mir. Ich habe gutes Futter. Ja, so ein Pfeil. Full Mega Stecken in den... ... schlimmen Hals. Ich bin lustig und heiß. Ja, ja. Ja, ja. Ja, diese Blöte. Hat einfach einer hingeklickert. So, ja. Wir müssen etwas Spezielles machen. Machen wir mal eine rote Blume. Und fertig. Eine Sekunde Content. Fertig. So, wie lange geht es jetzt noch? Bis einer spawnt? Da ist noch einer. Aber dann müssen wir noch einen. Allee, die... Ui. Aber Reichweite haben wir, hm? Also, ich habe das speziell dann gemacht in der Wasser. Und damit sie nicht fehlsterben, hm? Sorry, dann wenn ich... Weiß ich... Also, ein bisschen Pussyhaft dann bin. Aber... Wir müssen halt ein bisschen... Ja. Taktisch spielen. Taktisch. Also, es ist wirklich nicht Pussyhaft, was ich geplant habe. Aber... Sehr taktisch. Also, ihr werdet dann noch wundern. Wie taktisch das dann ist. Aber ich muss es einfach machen können. Also, ich muss üben. Also, ähm... Bitte nicht gleich... Beim ersten Mal... Sofort flamen. Äh... Du machst ja gar kein taktisches Zeug. Du musst doch das üben können. Aber Schaden muss ich dann auch machen können, hm? Also, nicht zu früh gehen. Ja, ja. Ich merke, ich bin noch ein bisschen müde. Zuerst mal ein bisschen wach werden. Aber ich nehme einfach morgen gerne Rechnung auf, damit ich das auch aushalten kann. Also, das Problem ist, ich bin ja ein Action-Folder Mensch. Ich mache viel Fußball, Kampfsport und alles. Ich brauche die Action. Und wenn ich dann Rechnung aufnehme, dann ist es mir recht schnell langweilig, weil... zu wenig passiert. Und... Ja, dann... höre ich auf, natürlich aufzunehmen. Und ähm... Ich musste natürlich noch kräfteln und so Sachen, dann habe ich plötzlich wieder Spass. Also, es ist halt einfach, bis ich wieder drin bin in Rechnung. Bis ich einfach diese lange Weile wieder an mein... Ja, mein... Ähm... Heeren angepasst habe. Und so weiter. Das ist einfach das Schlimmste. Also, Rechnung muss... Bitte mal ein bisschen schneller werden. Das ganze Kampfs ist eben alles sollte mal ein bisschen schneller sein. Die Angriffe viel schneller sein. Ja. Und auch die Laufgeschwindigkeit endlich mal schneller. Das ist ja wirklich langweilig. Okay, jetzt müssen wir hier runter. Ich weiß nicht, was die wollen. Westliche Sonnenbüste ist das, ja. Aber ist das nicht Osten? Oder ist das die östliche Sonnenbüste? Hey, hallo. Leute, Dino, lauf doch nicht irgendwo rein. In einem Zaun, der kaputt ist, kannst du doch einfach drüber stampfen. Super, Dino, du. Hehehe. Also süss sieht der auch schon aus. Die anderen sind... Äh... Nicht gerade schön aus, Inge. Aber der sieht wirklich schön aus. Auch mit meinen neuen, schönen Texturen und so weiter. Höher aufgelöste Texturen. Ja... Kann man alles in der Konfig anstellen. Ja, ein Gestein, hä? Ja, ein Ambergestein, hä? Ja, ein Ambergestein für... Was gibt's Ambergestein eigentlich? Eieieiei. Ahja... Da haben wir noch einen Schatz. Ich den angreifen, bitte. So... Jetzt runter gehen. Jetzt runter gehen. Ah, sonst müssen wir wahrscheinlich in die Stadt. Nein, schwarze Käferthöne. Ok. Los, hopp, komm raus. Jetzt. Und... Nein. Das ist eine Blume oder so. Da ist... Nein, nein. Das ist ein schwarzer Wettel. Ahja. Wenn man so kleine Sachen hat, kann man das eigentlich nicht so gut sehen, hä? Wie es schon so riesig ist, die Sachen zu klein. Und weil man einfach weiter weg ist als normal, dann hat man einfach Schwierigkeiten beim Söhnen. Aber ist es nicht auch so, dass die Games besser gestreckt sind, wenn sie nicht für Full HD gemacht sind? Also, dass einfach alles so ein bisschen noch gestreckt ist, aber... Die Hut ist zwar ein bisschen gestreckt, also auf die Seite. Deshalb sehen wir das auch nicht immer so genau, was für eine Quest gerade am Laufen ist. Ich müsste ja mehr nachschauen, aber das ist für mich so langweilig, immer nachzuschauen. Ja, jetzt muss ich wieder nach oben. Wie dumm die Quests sind! Das ist ja heftigst. Ja, was soll ich wieder in der westlichen Sandwüste? Ei. Naja, wir haben letztes Level 27 Jahre jetzt relativ wenig schnell, wenn es so lange Quests gibt. Müssen wir halt noch ein paar Parts machen bis Level 30, aber... Immerhin dann schon mal die Hälfte von den Levels. Wir haben noch eine Brückte Igni. 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 Also machen wir mal ohne... den... ähm... Schadensbooster vom... oder hier einer. Also da gibt man noch keinen. Wo haben wir noch Igni? Hier. Dann müssen wir da hoch rein. Okay. Also ich werde sehr oft dann natürlich auch... Wart und zeigen und... halt... halt... die... Farmsachen auch mal im Live-Stream oder so machen. Oder auch im Live-Stream natürlich... Schlachten. damit wir schnell vorwärts kommen und mehr Erfahrungen bekommen und so weiter. Ich mache das halt alles ein bisschen... nebenbei. Aber das habt ihr ja schon alles gesehen. Also müsst ihr ja nicht unbedingt... das sehen wollen, oder? Sonst eben... Wenn ich mehr Aufrufe habe, werde ich das natürlich auch mehr machen, aber... Wenn ich kein Feedback bekomme, dann weiß ich immer nicht, soll ich das wirklich jetzt machen? Oder gibt es Probleme? Was ist da oben? Ist nix, oder? Ah, noch ein Eingang. Ja, genau. Hier oben war ich schon mal. Also, dann gehen wir rein. In die Stadt. Das kleine Dörfchen nähe. Im Relief wäre das ein kleines Dörfchen. Das ist doch keine Stadt. Liebe Regnum-Entwickler. Wow, schon abgegeben. Entschuldigung, wie der westliche Sand ist. Und wie soll es die Musik wieder so laut? Oh, ja. Los. Vorwärts. Bestiefel der Panther... äh. Bestiefel der Kater. Los. Also, was müssen wir von den Wächtern... Welche sind denn die Wächter? Ist das die Skelette? Ich glaube das sind die Skelette. Ja, wo sind die Skelette? Hm. Komisch. Ich spawne hier gar nicht. Wir sind wieder weiter hinten. Skelett Krieger. Das ist aber die östliche. Wo ist der Wächter? Sieht man das? Aha, dann muss man doch runter. Was ist denn die Wächter? Skelett Krieger, Skelett Krieger. Oder der Nugier. Hallo? Ist das die Skelette? Oder die Wächter? Das ist der Skelett Held. Aha, Grabwächter. Ich habe es neulich gelesen. Das da hinten. Ja, da ist klar. Also, Grabwächter. Nicht nur Wächter. Weil sie das Grab bewachen und nicht alles um die Arme. Hier hast du mal einen... Ähm, wenn man muss die Pfeile. Verstrickter Pfeile. Wie soll das stricken? Wie sollen die stricken an die Pfeile an den Gegner? Das verstehe ich irgendwie nicht so. Jaja, das geht nicht lang. Ich verliere echt viel Schaden an denen. Gut sagen. Gebt mir jetzt endlich diese Sache. So scheiße. Ja ok, nur noch mehr Offiziefe muss ich sagen. Ja genau, eine schafft er noch in Angriffen. Ja. So, das ist leider schon fast hinterher aus. Von diesem Part. Ab dem nächsten Part kommt. So gleich. Ähm. Machen wir noch 2 oder 3 Minuten. Aha, wir müssen bei... Ah, vielleicht ja. Hm. Der ist gar nicht gedroppt. Jetzt dachte ich gerade er droppt, aber... Weil ich ja eben wenig Lebensenergie habe. Hm. Bin ich ein bisschen abgelenkt gewesen? Ich wollte schon beenden, aber... Naja, ich will nicht zu wenig lange Parts machen, oder? Ja. Ja, machen wir das noch kurzer. Ja, machen wir das noch kurzer. Also komm. Ja, die musst du angreifen. Du Spatz. Ähm. Da ist sie. Jetzt komm. Drop endlich. Pfeife. Nein! Drop jetzt! Was ist denn los? Also gibt's die Quiz nicht. Ja, dann machen wir einfach... Im nächsten Part dann weiter, hm? Dann machen wir noch die Ur-Aute-Mumie. Weil es einfach die gleichen Skins sind. Und ja... Tschüss sagen. Also... Ja, dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Dorgo Wasser. Tschüss.